Einsatzzzeit beginnt. So, hallo zu einem neuen Let's Play mit mir, dem Retro Gamer bei Command & Conquer Remastered, Alarmstufe Rot. Wir befinden uns in der 13. Allianz Mission, es ist wieder eine Indoor Mission, das heißt, wir haben keinen Gebäudebau, keinen Einheitenbau. Wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir hier haben. Da wir hier eine Zeitbegrenzung haben, werde ich die Geschwindigkeit erstmal ein bisschen runterdrehen. Auf moderat. So. Und hier mal ein bisschen nach oben, wo hier gleich ein Fahrzeug langfahren wird. Das da. So, wir müssen hier wechselseitig immer oben und unten lang gehen und vorarbeiten. Eine Tanja haben wir hier in dieser Mission leider nicht. Nein, hier sollt er nicht. Da ich auf zwanglos war, sprich leicht, spiele, ist natürlich die Mission hier nicht sonderlich so schwer. Das ist natürlich auf den anderen Schwierigkeitsgraden ein ganz anderes Kaliber hier, diese Mission zu spielen. Wir machen natürlich auch die Gegner entsprechend viel mehr Schaden. So. Ihr rückt jetzt da jetzt mal auf. Ja, ich rückte jetzt mal weiter rein. Ja, Sir. Sofort. Natürlich. Ja, Sir. Bestätig. Wirtbehaber. Bestätig. Wirtbehaber. Bestätig. Bestätig. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. So. Ja, Sir. Da ist der nächste Flammenturm erledigt worden. Sehr gern. Sofort. Sofort. Wir gehen hier schon mal nach der. Bestätig. Ja, Sir. Bestätig. Du rückst auf. Ja, Sir. Bestätig. Hier geht man nach da unten hin. Wird bearbeitet. Bestätigt. Bestätigt. Da spüren wir mal ein bisschen nach vorne. Für Königin und Vater. Na, 50 Minuten. Bestätigt. Bitte, Commander. Oh, in der Tat. Wird bearbeitet. Bestätig. Melde mich wie befohlen. Jawohl. Ja, Sir. Ja, Sir. Sofort. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. So. Sehr gern. Jawohl. Jawohl. Gucken wir mal weiter. In Ordnung. Sehr gern. Jawohl. Jawohl. Gut, hat denn da der... Bestätigt. Was war runter? Jawohl, Sir. Ja, Sir. Sprengladung platziert. Melde mich wie befohlen. Sofort. Jawohl, Sir. Oh, in der Tat. Hier, Mechanobot. Bestätigt. Jawohl, Sir. Bin bereits unterwegs. Für Königin und Vaterland. Für Königin und Vaterland. Oh, in der Tat. Bin bereits unterwegs. Für Königin und Vaterland. Von Deutsch. Natürlich. Hier, Mechanobot. Bestätigt. Bestätigt. Sofort. Ja, Sir. Ja, Sir. Sofort. Sofort. In Ordnung. Wird bearbeitet. Bestätigt. Bitte, Commander. Bin bereits unterwegs. Für Königin und Vaterland. Für Königin und Vaterland. Bin bereits unterwegs. So, gucken wir mal. Oh, in der Tat. Jetzt zwei Soldaten. Bin bereits unterwegs. Bin bereits unterwegs. Für Königin und Vaterland. Bestätigt. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Sofort. Ja, Sir. Sehr gern. In Ordnung. In Ordnung. Sofort. Ja, Sir. In Ordnung. Sofort. Wird bearbeitet. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Okay, was solltet ihr unten mal hin? Hier, Mechanobot. Bestätigt. Und der repariert jetzt mal die Glotte. Setze mich in Marsch. Bestätigt. Für Königin und Vaterland. Springladung platziert. Ja, Sir. Bestätigt. Erwartet Ihre Befehle. In Ordnung. In Ordnung. Sofort. Sofort. In Ordnung. Okay, da ist ein Flammturm. Da komme ich nämlich weiter. Hier, Mechanobot. Setze mich in Marsch. Jawohl, Sir. Für Königin und Vaterland. Bestätigt. Wo kann ich das noch da rum? Jawohl, Sir. Bin bereits unterwegs. So. Für Königin und Vaterland. Ja, Sir. Setze mich in Marsch. Gut, das heißt, ich gehe jetzt hier um. Warte. In Ordnung. Ja, Sir. Jawohl. In Ordnung. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Jawohl. In Ordnung. Ja, Sir. Natürlich. Jawohl. In Ordnung. In Ordnung. Sofort. In Ordnung. Sofort. In Ordnung. In Ordnung. Sofort. Sofort. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Jawohl. In Ordnung. Sofort. Gut. Wo haben wir den nächsten Terminal für die Sprengladung? Sprengladung. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Wird bearbeitet. Bestätigt. Sprengladung platziert. Bestätigt. Verstärkungen sind eingetroffen. Melde mich wie befohlen. Jawohl. Ja, Sir. Bestätigt. Setze mich in Marsch. Setze mich in Marsch. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Ich meine mich zu erinnern, dass hier irgendwo ein Hund ist. Sehr gern. Sehr gern. Deswegen gehen wir hier mal Stück für Stück nach vorne. In Ordnung. In Ordnung. Wird gearbeitet. Bestätigt. Also, hat zwei Hände. Ja, Sir. Bestätigt. Hier Mechanobot. Bestätigt. Da, das war der Flammturm. Bestätigt in Ordnung. Ja, Sir. Sofort. In Ordnung. Natürlich. Sehr gern. In Ordnung. Sofort. Jawohl. In Ordnung. In Ordnung. Wird gearbeitet. Ja, Sir. Ja, Sir. Bestätigt in Ordnung. Erwärte mich wie befohlen. Sehr gern. In Ordnung. Sofort. Hier rücken wir mal ein Stück nach vorne. In Ordnung. Na, nach da. Bitte, Commander, für Königin und Vaterland. Ja, Sir. In Ordnung. Melde mich wie befohlen. Jawohl. Melde mich wie befohlen. Noch 30 Minuten. Sofort. Melde mich wie befohlen. Sehr gern. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Jawohl. Sofort. In Ordnung. Sofort. Sehr gern. Sehr gern. In Ordnung. Hier Mechanobot. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. Natürlich. Ja, Sir. Sehr gern. In Ordnung. In Ordnung. Sofort. In Ordnung. In Ordnung. Ihr Mechanobot, setze mich in Marsch. Erwarte Ihre Befehle. Sehr gern. In Ordnung. In Ordnung. So. Ja, Sir. Weiter geht's. In Ordnung. Jawohl. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Sofort. Ja, Sir. In Ordnung. Wird bearbeitet. Wird bearbeitet. Bestätigt. Wird bearbeitet. Ihr Mechanobot. Bestätigt. Wird bearbeitet. Sprengladung platziert. Bestätigt. 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 Das ist nix. Hier Mechanobot. Setze mich in Marsch. Ja, Sir. Bereit zum Einsatz. In Ordnung. In Ordnung. Sofort. In Ordnung. Jawohl. Sehr gern. Sehr gern. Jawohl. In Ordnung. Sehr gern. Wird bearbeitet. Bestätigt. Bestätigt. Wird bearbeitet. Bestätigt. Okay, mal gucken, ob ich da irgendwie hinkomme. Bestätigt. Bestätigt. Bereit zum Einsatz. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Wird bearbeitet. Bestätigt. Bereit zum Einsatz. Natürlich. In Ordnung. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Wird bearbeitet. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Bestätigt. Du bist noch klar. Ihr Mechanobot, setze mich in Marsch. Ihr Mechanobot, setze mich in Marsch. Wird bearbeitet. Bestätigt. Bestätigt. Bereit zum Einsatz. Jawohl. Ihr Mechanobot, setze mich in Marsch. Ja, Sir. Setze mich in Marsch. Setze mich in Marsch. Melde mich wie befohlen. Melde mich wie befohlen. Bereit in Ordnung. Bereit zum Einsatz. Ja, Sir. Ja, Sir. In Ordnung. Ihr Mechanobot. Bestätigt. Wird bearbeitet. Bestätigt. Erwarte Ihre Befehle. Ja, Sir. Sofort. Wird bearbeitet. Bestätigt. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Bitte, Commander. Oh, in der Tat. Ja, Sir. Sehr gern. Ihr Mechanobot. Bestätigt. Setze mich in Marsch. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Oh, in der Tat. Oh. Jawohl, Sir. Bin bereits unterwegs. Sir. Bin bereits unterwegs. Oh, in der Tat. Oh, in der Tat. Bestätigt. Bestätigt. Jawohl, Sir. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Sofort. Wird bearbeitet. Bestätigt. Bestätigt. Erwarte Ihre Befehle. So, wir uns hier mal langzuschleichen. Jawohl. In Ordnung. Jawohl. Jawohl. Wird bearbeitet. Bestätigt. Bestätigt. So, dann gehst du jetzt hier mal da hin. Bestätigt. Bestätigt. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Jawohl, Sir. Oh, in der Tat. Setze mich in Marsch. Erwarte Ihre Reine. Sehr gern. In Ordnung. Sehr gern. Jawohl. So, was noch? Er her. Sofort. Sofort. Jawohl. Sehr schön. Bitte, Commander. Oh, in der Tat. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. Noch 20 Minuten. Jawohl. Sofort. Jawohl. Sofort. 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 Jawohl. In Ordnung. Sofort. Jawohl. Sprengladung platziert. Ist ja schön. Ja, Sir. In Ordnung. Sofort. So, dann geht jetzt mal hier runter. In Ordnung. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Wird bearbeitet. Bestätigt. Wird bearbeitet. Bestätigt. Erwarte Ihre Befehle. Jawohl, Sir. Für Königin und Vaterland. Oh, Moment. ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, du, du hast dich mal... Sofort Ja, Sir In Ordnung Ja, Sir Bestätig Bereit zum Einsatz Sofort In Ordnung In Ordnung Sehr gern Sehr gern In Ordnung Bereit zum Einsatz Sofort Ja, Sir Bestätig Melde mich wie Befohlen Jawohl, Sir Bin bereits unterwegs Ja, Sir Sehr gern Melde mich wie Befohlen Ja, Sir Bestätigt Bestätigt Sehr gern Sofort Sprengladung platziert Sofort In Ordnung Sehr gern Wird verarbeitet So, dann auf zu der letzten Sprengladung Und dann haben wir die 13. Mission erledigt Sprengladung platziert Einsatz erfolgreich Wenn euch das Video gefallen hat Lasst gerne einen Daumen hoch da Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren Um auch zukünftig keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen Und aktiviert das Glöckchen Ciao, bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal